Der Satz, du bist Muslim, da Allah dich im Paradies sehen möchte, ist dieser wahr? Subhanallah, wer kann dir sagen, dass Allah ihn im Paradies sehen will? Das ist von Ilmul Ghayn, das ist vom verborgenen Wissen und dieses haben wir nicht. Und daher kann man das nicht sagen, sondern wir können sagen, Allah möchte gerne natürlich, dass wir in das Paradies gehen, richtig. Aber dass eine spezielle Person, Allah ihn sehen möchte, Allah muss sagen. Untertitelung des ZDF, 2020